Die Montanus-Klinik Bad Schwalbach Die Montanus-Klinik Bad Schwalbach Die Patientenzimmer sind gemütlich und komfortabel eingerichtet. Insgesamt 145 Einzelzimmer können teilweise auch für Paare als Doppelzimmer genutzt werden. Wir verfügen ebenfalls über behindertengerechte Zimmer für Rollstuhlfahrer. Alle Patientenzimmer sind geräumig und komplett ausgestattet mit Dusche und WC, Balkon, Notrufanlage, Telefon, Zimmer-Safe, Radio und Fernseher mit Kabelanschluss. Die Benutzung ist für unsere Patienten kostenlos. Ihr Aufenthalt in der Montanus-Klinik beginnt mit dem ärztlichen Aufnahmegespräch und einer Aufnahmeuntersuchung. Ein besonderer Service, der unseren Patienten zur Verfügung steht, ist der Orthopädie-Techniker, der zweimal wöchentlich die Klinik besucht. So können verordnete Hilfsmittel sofort individuell angefertigt und angepasst werden. Genau, und jetzt so gerade wie möglich nach oben wieder raussteigen. Perfekt. Grundlage für jede erfolgreiche Behandlung ist die genaue Kenntnis der Krankheit. Für eine situationsgerechte Rehabilitation und zu Ihrer Sicherheit ist eine gezielte aktuelle Diagnostik unerlässlich. Je nach Erfordernis bieten wir Ihnen folgende Untersuchungsmöglichkeiten. Röntgen- und Ultraschalldiagnostik, Labordiagnostik, Doppler-Ultraschalluntersuchungen der Gefäße. Darüber hinaus bieten wir an EKG-Diagnostik, Langzeitblutrückmessungen, Lungenfunktionsdiagnostik und Spiroergometrie. Zwischen den einzelnen Terminen und Therapien haben unsere Gäste und Patienten immer wieder Gelegenheit, in gemütlichen Sitzecken und Ruhezonen der Klinik zu entspannen. Die Klinik bietet umfassende physiotherapeutische, bineophysikalische und sporttherapeutische Behandlungen an. Unseren Patienten steht ein großes Panorama-Bewegungsbad für Einzel- und Gruppentherapie sowie freies Schwimmen zur Verfügung. Das Schwimmbad und eine Sauna können auch außerhalb der Therapiezeiten genutzt werden. Zudem verfügt die Klinik über großzügige Massage- und Paraffin-Fango-Therapieräume, Bäder, Hydrojet, Kriotherapie, Inhalationsraum- und Elektrotherapie-Möglichkeiten wie beispielsweise Iontophorese oder Ultraschalltherapie und vieles mehr. Unsere Diplom-Sportlehrerin bietet umfassende sporttherapeutische Gruppen und Einzelbehandlung an. Die medizinische Trainingstherapie befasst sich vorwiegend mit dem Aufbau und der Wiederherstellung von muskulären Defiziten. Ob als Bestandteil eines Therapieplans oder zur Vorbeugung von Beschwerden. Bei der Sporttherapie werden Sie selbst aktiv. Das Ziel der Sporttherapie ist es, nach den jeweiligen körperlichen und seelischen Fähigkeiten des Patienten die motorischen Grundeigenschaften zu erhalten und wenn möglich zu verbessern. Darüber hinaus sollen Alltags-, Berufs- und sportbestimmte Verhaltensmuster geschult werden. Es steht eine therapeutische Kletterwand für Muskelkräftigungsübungen und zur Stabilisierung der Gelenke zur Verfügung. Weitere moderne therapeutische Geräte helfen dabei, Muskelgruppen gegen die Schwerkraft zu trainieren. Besonders beliebt ist das Therapieangebot Outdoor Walking und Frühsport. Je nach Bedarf und Interesse erhalten Sie umfangreiche Informationen in unseren Vorträgen, Seminaren und Einzelberatungen. Wir klären über degenerative Wirbelsäulen und Gelenkerkrankungen, den chronisch und spezifischen Rückenschmerz und über Bewegung und körperliches Training auf. In unserer Lehrküche vermitteln wir Ihnen Kenntnisse in gesundem Kochen und ausgewogener Ernährung. Der Zusammenhang von Gesundheit und richtiger Ernährung ist seit langem bekannt. Gesunde Ernährung fördert das Wohlbefinden und steigert die Leistungsfähigkeit. Unter ernährungswissenschaftlichen Gesichtspunkten bereitet ein gut eingespieltes Team unter der Leitung des Küchenchefs die täglichen Speisen zu. Alle Gerichte werden im Rahmen der Qualitätssicherung ständig überwacht und kontrolliert. Eine Krankheit kann einen Menschen verunsichern und verängstigen. Um wieder Selbstsicherheit zurückzuerlangen, wird Ihnen in der Rehabilitation Unterstützung durch erfahrene Psychotherapeuten gegeben. In der Schmerzbewältigungsgruppe erhalten Sie Informationen zum Zusammenwirken von Körper und Geist bei chronischen Schmerzen und lernen Selbsthilfetechniken kennen. Unsere Psychologin hilft Ihnen gerne in Einzel- und Gruppengesprächen weiter. Es gibt eine Fülle unterschiedlicher Qigong-Stilrichtungen für Gesundheit und Wohlbefinden, für einzelne Organe oder Krankheiten und für das Entwickeln bestimmter Fähigkeiten. Qigong wird in Krankenhäusern und Reha-Kliniken weltweit erfolgreich eingesetzt. Durch Qigong werden insbesondere die mentale Bereitschaft und die körperliche Fähigkeit des Patienten gefördert, aktiv am eigenen Heilungsprozess mitzuwirken. Unser Freizeitangebot bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, sei es in geselliger Runde im Bistro, auf der Sonnenterrasse oder bei sportlichen Aktivitäten wie Kegeln, Freiluftschach, Billard- oder Tischtennis oder Sie nutzen die hauseigene Bibliothek. In der Lobby der Klinik steht Ihnen ein Internetzugang zur Verfügung. Unser Hallenschwimmbad mit Blick in die Natur lockt mit wohltemperiertem Wasser. Höhere Temperaturen bietet die finnische Sauna. Die schöne Nah-Erholungslandschaft können Sie über die vielen Rundwanderwege oder mit der Arthal-Touristikbahn erkunden. Ein großer Nordic Walking Park, ein Barfußpfad und eine moderne Minigolfanlage verlocken zu einem Ausflug in den schönen Taunus. Das kulturelle Veranstaltungsprogramm in Bad Schwalbach ist ebenfalls abwechslungsreich. Neben Theater, Tanz- und Konzertveranstaltungen laden Ausstellungen, Vorträge und die alljährlichen Heimatfeste wie Weinfest, Sommernachtsfest, Martini-Markt und Weihnachtsmarkt zu einem Besuch ein. Informationen und Hinweise erhalten Sie von unseren Mitarbeiterinnen an der Rezeption. Die Montanus-Klinik bietet Ihnen sowohl den Komfort und das Ambiente einer modernen Rehabilitationsklinik als auch ein medizinisches und therapeutisches Leistungsangebot auf höchstem Niveau.